Lanzenfisch Oh, ich hab gar keine Garnelen mehr Ich hab keine Garnelen mehr, okay Ja gut, dann geht das nicht Oder? Ah doch, da Gott, doch, ich hab Garnelen Die sind aber da unten Lanzenfisch Noch mal Petter Garnelen Beliebige Meeresfrucht Tomatereis Reis Tomate Okay Das ändert bei der Karpfensalat, ne? Karpfen Also, Zitrone Salat Wunderbar Go Go Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Wie schnell bewegt sich die Leute? Bitte Hi ich hätte gern bei bergbau ist nicht mir den rücken zuzukehren würde ich niemals zu niemals würde ich das tun sogar dass uns abhängen machen sich auf den kriegen wieder neue gerichte auch wieder was neues ich weiß nicht was ich damit einstehen soll gegen die vitalen an der mündung okay das wäre die aufgabe ein bisschen warte sie warte schon bei mir m ja um ja 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 Goldbarren habe ich mit Jakobsmuscheln. Und rüber wir. Nein, oh Gott, jetzt habe ich. Das kann jetzt noch eine Weile dauern. Weil ich von den Tomaten ja eh nicht so viel haben will. Brauchst du halt nur leider, damit ich hier Platz für die Paprika habe. Ist du eigentlich nicht der Ort für die Paprika? Ich bin aber gerade Wumpe. Natürlich Geld. Das habe ich bald vollständig. Event Erntepaprika. So, dann sehen wir doch Paprika erstmal aus. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass es mich so triggern wird. Ich weiß nicht, dass ich nicht blöde. Ich weiß nicht, dass ich nicht blöde. ich habe auch gleich du schon was macht man unter der dusche bekämpft die wildnis was macht kein iron schneidet sich nein etwas zu sehr die wildnis bekämpft ich frage mich jetzt eher wie geht das aber also ich habe zumindest nicht geschafft ich würde mich nicht daran erinnern ich habe mir zwar schon am finger geschwitten aber das war nicht bei sowas aber gut wenn ich das wüsste weißt du eigentlich dass ich mich verdammt freue wenn wir in text 2 spielen das kann nur lustig werden ich brauche mehr muscheln aber schön ich habe jetzt auch endlich skr skr läuft mir jetzt auch endlich hinterher ich finde voll toll und ja du hast recht die stimme passt ich bin zwar dennoch etwas weil eigentlich im sprecher war gut der kann ja nichts dafür dass er verstorben ist konnte er ja nichts machen hat er sich ja auch nicht ausgesucht aber ja skr ist toll da gebe ich dir voll und ganz rechts ich glaube das wird das kätzchen sein was immer bei mir rumrennt ich würde ihn konsequent bei mir haben am liebsten ich bin halt ein großer skr-fan ich kann da nichts für ja ich darf nicht kurz an der verbrennen herstellen ich bin auf eine niederlange gespannt oh ja ich bin allgemein auf alle gespannt gut auf die toy story charaktere jetzt nicht so bei toy story war nie so meins aber ja oh mein gott oh mein gott ich habe ja noch gar nicht gesehen was man hier herstellen kann oh mein gott habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet ja oh mein gott total ich kann die dreckswerkbank herstellen bis ich da bin bleib jetzt ja da stehen ja nimm nimm und werd glücklich das ist fantastisch ja okay okay danke jetzt nachdem du mir geholfen hast wieder mit dem sammeln anzufangen ich alles reparieren kann was kaputt ist habe ich bald die wundervolle sammlung im ganzen dorf du bist eine richtig gute freundin danke was habe ich denn jetzt schon wieder ja dann habe ich ihre letzte aufgabe das wird dauern arielle wird sehen diese blöde steinfragmente mutter gottel wo bist du bei dir zu hause bist du eh nicht lange drin wenn ich da jetzt reingehe bis eh nicht da ja doch ausnahmsweise mal hallo es ist so süß ey ist dieser und die niedlich da ist die niedlich das schönste ist die mark ist nicht wenn man das flauschig an fest weiß gar nicht warum so wie denn ging der stand dort eigentlich hätte ich die frage fragment in meinen händen moment was habe ich gerade nicht ich schwöre wenn du es nicht warst muss es etwas mit ihnen muss etwas mit ihnen geschehen sein ich muss das überprüfen wenn man einige zeit in anspruch nehmen die nach oben ob einer der narren die du ins tal gebracht dass deine hilfe braucht ganz sicher dass jemand eine laparie eine laparie hat nur du helfen kannst ich gebe das bescheid wenn ich bereit bin für das für das was als nächstes kommt mutter gott level 10 also auch ihre letzte aufgabe es hat mich vier stunden arbeit unermüdliche recherche und einen unerwünschten besuch im mehrdienst bibliothek gekostet aber ich habe endlich gelernt wie ich den sonnstein wieder herstellen kann 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 ich helfen werde mich darum kümmern da kannst du dir sicher sein wo du hast klug mich zu haben jemand der nicht so talentiert ist wie ich hätte es nie herausgefunden nur wegen mir gibt es hoffnung dass die große weide auf der lichtung gerettet werden kann was hast du entdeckt weder die sonnenstrukt rolle noch die symbole in der mystischen grotte enthielten hinweise darüber wie man den sonnstein will zusammensetzen kann oder was im falle von getrübten fragmenten zu tun ist aber habe ich mich davon entmutigen lassen nein natürlich nicht ich habe entdeckt dass das herz des sonnsteins beim stück der sonne bestehen muss das ist also das ist es also was wir brauchen und woher bekommen wir das ja aber ein zauber entdeckt der ein schauer von sonnen meteoriten auslösen wird aber zuerst müssen wir die fragmente wieder herstellen ohne die kraft kann ich der schauer nicht herbe herbeirufen hier geht es um prioritäten wir müssen dafür sorgen dass es geschieht fangen wir an fangen wir mit dem fragment der morgen dem monk an was wieder herzustellen muss es muss es um zutaten versorgt werden die so frisch sind wieder morgen wenn man sich an seiner natur erinnert und erwacht du musst dafür zitrone oregano minze und mehr wasser sammeln taucht dann das fragment der morgendämmung in einen topf mit den zutaten wie du es bei jedem gerecht tun würdest kehre zimmer zurück sobald deine arbeit beendet hast oh gott ist die frau kompliziert ich bin nur froh wenn ich sämtliche sachen einfach weg habe gott diese frau mehr wasser ich habe aber nichts davon na gut ich muss es ja nicht im inventar haben ich bin nur はい mehr wasser die steine kann ich jetzt langsam mal suchen bald bald kann ich einfach dekorieren dann habe ich fast alles fertig wisst ihr wie sehr ich mich darauf freue ich will nämlich endlich meine lichtung da oben weitermachen ich meine ich habe ja immerhin schon das hier ich habe mir jetzt den brunnen hier hingestellt welch entspannt anziehen und dann wird essen genau sehr cool nimmt mich mit ich bin froh wenn ich das jetzt fertig habe so was sollte da jetzt rein zitrone meerwasser oregano minze oregano wahrscheinlich auch mit rein mehr wasser zitrone minze und wieder zurück gut gemacht dieser geruch erinnert mich daran morgens aufzuwachen und im kopf zu haben wie jung und schön ich bin fühlst du diese magischen schwingungen in der luft der zauber wirkt und die sonne hört zu erstaunen ich hätte nicht gedacht dass du so sensibel bist jetzt ein fragment der abend dämmung hier nimm es brauchte einen ganzen tag um wieder hergestellt zu werden dies ist eine gute gelegenheit eine ganz besondere fähigkeiten unter beweis zu stehen behandle es wie wie eine der nutzpflanzen die du so die du so gerne magst dass die kraft des teils absorbiert dass sich um den um das fragment der abend dämmung handelt muss es im dunkelsten teil von dream red valley vergraben werden im vergessenen land ernsthaft wirklich ist das wirklich ist das ihr da muss ich jetzt so lange gießen das ist warten bis das ding fertig ist oder ist das euer fucking ernst warum das meint sich ernsthaft ich muss jetzt nicht tage warten das ist jetzt ein scherz oder du verarschst mich jetzt immerhin ein tag okay aber tage ernsthaft ja ich dachte fast mich das ist ein scherz die scheiße ich mache keine witz unglaublich kann man noch mal die kleine glockenblume her wird der tapferkeit unglaublich ich habe auch gleich meine tage ich will mich doch verarschen tage tage wie auch witzig hat die beide gleichzeitig angefangen zu leveln und sie ist weiter als ariel so richtig verarschen ich glaube ich habe drei oder vier tage gebraucht drei oder vier tage unglaublich ich brauche gerichte mit zucker so 70 habe ich so so zwei seiten habe ich schon mal fertig dritte seite weiter aber es wird langsam aber sicher ich brauche ich brauche diese flügel und die hörner und den thron die sachen brauche ich drei bis vier tage gut also ihre quest kann ich erstmal abschminken brauche ich ja jetzt nicht mehr ich habe immer noch keine ahnung wo ich bowling gucke und die spielzeug wenn man wieder herkriege oh ja hallo hi kann ich dir nicht einfach hier irgendwas die ganze zeit geben ich habe jetzt etwas irgendwas damit ich es los werde bowling kegel spielzeug eisenbahn wo kriege ich denn her bowling kegel spielzeug eisenbahn musste mir meine auch irgendwo rausholen aber ich weiß nicht mehr wo sein dass das hier auch anders aussieht da ich stehe direkt vor nicht du das da spielzeugeisenbahn wer hat denn die spielzeugeisenbahn da das war jetzt geraten so wally redet ja eh nicht viel das sind alle dinge für den taus und wer wally geht da jetzt nicht hin so 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 Schön, dass die beiden sich da hinten so gut verstehen. So, Erntepaprika. So, ich würde dir sagen... Langsam kommen wir ja hier voran. Wir haben nur 32 Tage noch. Das reicht nicht. Vor allem will ich mir dann ja wieder einen Vorrat anhäufen. Ich beneide die Leute, die so 3000, also 4000, 5000, 6000, 10.000 haben. Wie haben die das geschafft? Ich freue mich, dass du wieder mit Ariel Dinge tauschen kannst. Witzige ist nur... Habe ich das Ding denn von ihm? Nee. Ich frage mich, wie seine Aufgabenreihe weitergeht. Wenn nicht, aber von ihm keiner... Also, seins habe ich halt nicht bekommen, ne? Ich fange an, Dinge zu hinterfragen. Jetzt erst? Ja. Jetzt erst. Was? Wieso? Ich bin froh, dass ich das gerade alles so ein bisschen abarbeite. Warte mal. Was habe ich da eigentlich gerade getan? Da. Da. Wo ich jetzt wieder was ganz Falsches mache. Wo ist Usi? Usi! Wie müssen wir fertig machen? Äh... Weiß ich gar nicht. Also, eigentlich wollte ich es so machen, dass ich den Abend dann noch frei habe. Aber zur Zeit bin ich in einer Sucht. Ich kann es dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, wie lange ich mache. Es könnte, äh, bis wir irgendwann heute Nacht gehen. Es könnte aber auch schon in ein, zwei Stunden rum sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht später. Ja. Vielleicht... Sieht man sich noch. Ansonsten kann man ja schreiben. Tentakel. Fischlein, du bist zurück und du hast, was ich brauche. Jetzt gib mir den Zaubertrank. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Essen. Dann... 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 Äh... Vielleicht auch wieder im DC. Gerne. Gerne. Ich habe die Blumen, die du mitgebracht hast. Verzauert und du kannst jetzt... Äh, du kannst sie jetzt benutzen. Allerdings brauche ich noch deine Hilfe für ein letztes klitzekleines Detail. Nimm das. Mhm. Platziere diese Blume am Strand in der Nähe des Eingangs zu dieser mystischen Grotte, die du mit dem Kristall geöffnet hast, den ich dir gegeben habe. Mh... Was bewirkt sie? Die Blume kann jetzt die Macht dieser Höhe beschützen. Wir wollen doch nicht, dass ihr etwas Schlimmes widerfährt, oder? Na los, jetzt bewegt deine kleinen Beinchen. Warum bist du noch hier? Kusch, kusch! Mh... Achso, Kiste. Und ich will erstmal was in die Kiste räumen. Bisschen Tintenfisch. Sollte Karpfen verkaufen. Gleitungen in der Nähe des Eingangs zu einer Gleitensiliein. Gleitungen in der Nähe des Eingangs zu einer Gleitensiliein. Gleitungen in der Nähe des Eingangs zu einer Gleitensiliein. Sollte Kaspfen machen. Okay. Und jetzt... Kapfen. Koche Gerichte mit Zucker. Was, wo ich nicht so viel für brauche. Drei. Drei. Vier. Fünf. Schön. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Neunzehn. Zwanzig. Guck, Gerichte mit Zucker. Das waren doch Gerichte mit Zucker. Oder Zuckerrohr. Farschen. Den hier ist ja kein Zucker bei. Da bekommt man ja Hunger ein bisschen, ne? Das ist doch auch Zucker. Hm. Koche Gerichte mit Zucker. Zuckerhaltiger geht's schon nicht mehr mit Zuckerrohr. Wum, das war ja Doppelzucker. Hä? Ist ein bisschen verbacken, kann das sein? Koche Gerichte mit Zucker. Bei denen hier gibt's überall keinen Zucker. Ist doch nichts Süßes. Ne? Wer kann Zuckerrohr bei? Wie das mal? Seht das? Ne. Okay, dann ist das hier verbuggt. Mit den Gerichten. Das ist tatsächlich verbuggt. Weil mehr Zucker halt geht ja schon nicht mehr. Na gut. Dann ist das halt so. Dann muss ich ja gleich angeln. Dann muss ich ja gleich angeln. Ich glaube, das hier zählt auch nicht. Karpfen. Oh, Karpfen. Ich fange Heringe, verkaufe Karpfen. Karpfen. Karpfen kann ich auf jeden Fall verkaufen. Ich habe zwar noch nicht alle, aber ich kann sie verkaufen. Na, wie geht's? Ja, okay. Nein, weiß man ja nichts. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das kann jetzt ne Weile dauern. Ich glaub 30 Fische waren das. Die ich fangen musste. Eigentlich sollte ich auch 30 Heringe fangen, aber irgendwie war das mit den Heringen nichts. Bis zum nächsten Mal.